Betthöhle. Identifikation. Autorisierung. Batmans Lieblings, Robin. Willkommen, Jason Todd. Sicher, dass der Batman nicht in dem Zuhause ist? Er verkleidet sich immer als Osterhase und verteilt Schokolade an Kinder. Sucht das Ei, Titans. Und nicht vergessen, nur gucken, nicht anfassen. Ja, klar. Wer das faule Ei zuletzt findet, ist ein faules Ei. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Keine Spur von dem Ei. Moment. Ich glaube, ich rieche es. Oh, nur du. Ach, wer weiß, ob das Ei überhaupt noch hier ist. Es ist offiziell. Ich bin ein furchtbarer Detektiv. Nicht schlimm, du bist doch in anderen Dingen furchtbar. Hoppla. Ein Hinweis? Wow. Auf der Rückseite steht was. Was mit Flügeln kann im Gotham-Himmel liegen, aber nicht fliegen? Ein Hinweis. Backman hat offenbar eine Schnitzeljagd angelegt, die nur ein echter Detektiv schaffen kann. Dann können wir jetzt beweisen, dass du der echte Detektiv bist. Titans, go! Sucht das Ei! Was mit Flügeln kann im Gotham-Himmel liegen, aber nicht fliegen? Hat jemand einen Vorschlag? Oh, das Flugzeug. Das kann sehr wohl fliegen. Da! Das Bettsignal. Konzentrier dich auf den Hinweis. Hey, das Bettsignal hat Flügel. Ja, wie eine Fledermaus. Und es fliegt aber nicht. Wie auch? Das ist ein Scheinwerfer. Ruhe jetzt, ich will den Hinweis enträtseln. Das Bettsignal ist die Antwort, du Torfnase. Oh, ja. Titans, auf zum Bettsignal. Es ist nicht hier. Zumindest nicht mehr. Moment, ich rieche die geeierte Feulnis. Nein, es ist nur der Freund Robin. Wir sind in einer Sackgasse. Dann lehne ich mich mal lässig an den Bettsignalscheinwerfer. Noch ein Hinweis. Stattet dem Gefängnis ab einen Gruß. Was ihr sucht, ist für die Hand wie der Schuh für den Fuß. Nur ein Genie kann diese Hinweise entschlüsseln. Das ist sowas von gemein. Hey, das Arkham Asylum ist ein Gefängnis. Vielleicht ist das Ei-Dog. Oh, ja. Titans, auf ins Arkham Asylum. Wo Batman das Ei wohl versteckt hat? Ich würde das Ei in einer dieser hübschen Zellen verstecken. Natürlich. Die Suche dürfte ohne diese lästigen Verbrecher deutlich einfacher sein. Titans, sucht! Nichts gefunden! Nichts gefundenes. Nein. Es gibt kein Ei. Moment. Ich glaube, ich riech was. Das bin nur ich! Dieser Joker-Typ hat aber eine Menge Handschuhe. Hey, ein Handschuh ist not true. Das ist doch Quatsch, Raven. Er hat gar keine Schnürsenkel. Er ist für die Hand wie der Schuh für den Fuß. Batman hat das Ei in einer versteckt. Herrje! Oh, ja. Während ihr alle Handschuhe durchsucht, lehne ich mich mal lässig gegen diesen Hebel hier. Noch ein Hinweis! Damit das Ei gestarrt ins Gesicht lacht, besuche jenen Ort, wo eine Fledermaus ihr Geschäft macht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich werde niemals ein echter Detektiv. Ich kann ja die einfachsten Rätsel nicht lösen. Ich meine, eine Fledermaus würde doch wie jeder andere auf die Toilette gehen. Natürlich! Auf zum Wayne Manor! Wieso Wayne Manor? Weil Batman dort sein Geschäft macht. Batman ist Bruce Waynes Geheimidentität. Das wisst ihr nicht von mir. Das wisst ihr nicht von mir.